Hier ist leider kein Posten drauf, aber hier ist ein Posten. Den nehmen wir jetzt erstmal ein. Der kriegt jetzt erstmal auf die Fresse. Bams. So. Und der kriegt nämlich auch erstmal auf die Fresse. Nämlich egal, was hier rumfitscht ansonsten an Gegnern, das spielt gar keine Rolle. Ich werde einfach alles vernichten, was sich irgendwie in den Weg stellt. Weil Space Marines und so, ne, ist klar. Kennt das ja. Der muss nicht hin oder ist in der Nähe. Der ist sogar ziemlich sehr nah in der Nähe. Wenn du es genau wissen willst. Zack. Das wird eingenommen. Das wird eingenommen. Der steht da rum. Was machen die Jungs? Posten bauen. Ah, Gegner. Ach, weiß nicht was. Komm. Das geht auch so. Das Relikt ist hier ziemlich wichtig, glaube ich, auf der Karte. Das macht zumindest so den Eindruck. Deswegen bauen wir hier mal ein bisschen mehr. Ist das Ding fertig? Jawohl. Jetzt. Hallo? Ach, ich baue noch ein Orbitalrelais. Oh. Komm, alles an Viechern geht direkt mal hier hin. Und ich baue mal... Oh, baue ich einen Predator oder baue ich einfach nur mehr Psybots? Whirlwind? Hm. Komm, wir bauen ein Predator. Zwei Predator. Dann haben wir... Und dann noch den. Da müsste es dann eigentlich gewesen sein. Wo ist dieser verdammte... Kack, Drecks, Arsch von einem... Sorry. Entschuldigt meine Wortwahl. Das dauert nur einfach so elendig lange, bis man hier irgendwas gebacken kriegt. So, einmal bitte da hin und gucken, was passiert. Und ich habe doch irgendwo noch einen... Genau den. Jetzt nehmen wir dann einfach mal die Rückseite ein. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ah, da ist er doch schon, der Feind. Ach, scheiße. Da kommen schon die Predator. Hier kommt man nicht weiter. Aber hier oben komme ich her und kann ihm... Ah, der ist tot. Boah, zwei Predator-Panzer, ey. Krass. Und wo wollen die hin? Da ist auch keiner, ne? Hallo? Bleibt immer bitte hier. Jetzt hauen die einfach ab. Angriffsformation einnehmen. Kann ja wohl nicht sein. Jetzt hauen die einfach ab. Nee, 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 nee. Die sind doch noch irgendwo hier. Bleib langsam, Uren. So. Achso, hier ist einer. Angriffsprotokoll 23 einleiten. Zerstören, eliminieren, vernichten. So, bams. Der ist hier oben mal irgendwie hingeblieben. Na, egal. Na, komm, 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 komm. Feuer bringt da natürlich total viel gegen den Panzer. Haha, der fährt genau in die Falle. Dass die mal wegfahren. Die haben voll Angst immer. Ich weiß gar nicht, was das soll. Voll die Schisser sind das. So, der kann mal hier hin. Von wo? Ach, von da. Noch ein Predator. Ich hab noch nicht eine Einheit verloren. Das ist krass. Komm, schieß, 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 schieß. Und jetzt rennt er wieder in die Falle. Hahaha. Bams. Geht doch. So gefällt mich das doch. Also, Heuchposten hier drauf und warten. Und einfach nur abwarten. Und du baust da nochmal einen hin. Jawoll. Jetzt haben wir die dicken Dinger. Jetzt, ab jetzt ist, äh, jetzt wird es witzig. Oh, ja, eigentlich gar nicht mehr groß einnehmen. Die Frage ist, wo muss ich lang? Hier oben geht es irgendwie noch weiter. Schwerer Beschuss. Ich finde das krass, wie lange die hier schon rumstehen und die ganze Gegend halten. Echt übertrieben. Ja, einfach mal mitten rein, ne? Nehme Schaden. Ich bin Abba. Und Bams. Hahaha. Hahaha. Alter, Finne. Diese Teile sind so krass. Führt uns zum Feind. So, die Punkte einnehmen. Scheiß auf die Horchposten. Hauptsache, wir nehmen das ein. Ketzerei entspringt aus Müßiggang. Ich bin hier, um euch zu dienen. Ach, da ist sogar noch einer. Krass. Den nehmen wir auch nochmal ein. Wir nehmen hier alles ein. Die ganze Karte wird eingenommen. Endlich wieder zurück im Kampf. Jetzt wird hier mal ordentlich geschnetzelt. Netzelt. Gegen das Chaos. Wir gegen das Chaos. So, da kommen nämlich jetzt die ersten Gebäude von denen. Jetzt kommen wir nämlich mal dahin, wo es interessant wird. So, jetzt kommen nämlich die Basis von denen. Das Basische Öl. Mal wieder. Was ist das denn Öl? Das Bio-Basis-Öl. Zack, bumm. Ich will hier nichts mehr sehen, was irgendwie aussieht wie ein Gebäude. Wenn ich hier fertig bin. Zack. Alles klar. Alles klar. Alles eingenommen. Ich kann gar nicht mehr Punkte. Ich brauch gar nicht mehr so viele Punkte. Aber ist egal. Ich hab tatsächlich mal einen verloren. Na egal. Selbst nach dem Tode diene ich noch. Ich bin bereit zu dienen. Wie viele von diesen Punkten hier sind. Das ist ja nicht mehr normal. Soll ich die denn alle einnehmen? Das ist ja gar nicht. Ah, da ist die Basis. Wir sind die auserwählten des Interaktors. Och, das geht aber. So, ist hier noch was? Die sind auch eingenommen. Wunderbar. Das Ding ist gleich fertig. Da oben ist eh egal. Wird passiert. Das wird eingenommen. Hier hinten das Sachverste. Komm. Kann es aber treiben. Hier oben komme ich gar nicht durch. Ich weiß gar nicht, wie ich den kommen soll. Da oben rum könnte ich. Wessen Trupp ist zerschlagen? Ich hoffe nicht meiner. Jawohl, eure Herrlichkeit. Zack. Die sehen alle gleich aus. Und bam. Das war falsch. Zack. Zack. Ich rüste mal einfach alles auf, was sie bewegt. Ist ja egal. Alles aufrüsten hier. Alles aufrüsten. Jo, wie man da hinkommt, weiß keiner. Obwohl, doch. Ich muss ja hier oben lang, ne? Machen wir das doch mal, ne? Würde ich sagen. Ich weiß nur noch 5 von da. Warten sind scharf. Zack. Gehen wir mal hier hin. Ich bin das Werkzeug. Und seines Erachtens. Der Feind greift an. Jawohl, eure Herrlichkeit. Jawohl, eure Herrlichkeit. Der Glaube besteht ewig. Könnte ich natürlich jetzt schön von hinten das Feld aufräumen. Nee, ich gehe jetzt erstmal hier mir diese Basis holen. Ich muss ja alles töten, was sie bewegt. Das war ja der Auftrag. Auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert. Aber ist egal. Geht ja nicht darum, ob es schnell geht. Wie kann ich euch helfen? Bauung hinter 721 eingeleitet. Gründergangspanzer hier. Wir haben uns dem Ziel. Alter, schon fast down. Boah, 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 ist das krass, das Teil. Ziel eingenommen. Ah, hier oben geht's glaube ich zur Basis von denen, ne? Guck mal hier, ist alles erhöht. Da kommt man auch da hinten nochmal rum. Oh, da ist ein Gegner. Schaffe ich, ne? Achso, sind schon tot. Lol. Lul. Schon down. So, dann hauen wir hier mal die Basis auseinander. Würde ich mal sagen. Da ist noch irgendwas vom Gegner. Das ist nicht gut. Diese Dinge vom Gegner sind nie gut. Was macht eigentlich meine Rüstkammer? Gibt's hier noch mehr zu erforschen? Nein, natürlich nicht. Das kann ich mal upgraden. Ich grade einfach alles mal ab. Ich hab 22.000 von dem Zeug. Ich kann mehr upgraden, als ich jemals irgendwie verwenden will. Ah, guck mal hier. Uh, Predator. Ne, 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 alle auf den Predator. Alle auf den Predator. Immer auf den Predator. Das ist das Wichtigste überhaupt. Immer auf das Viech. Immer auf das olle Riesending. Wo hab ich denn hier noch ein bisschen Platz? Hier, komm. Den bauen wir mal hier hin. Und jetzt nehmen wir die mal auseinander hier. So, guck mal. Machen wir mal hier einzeln. Ja, schön, 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 schön. Machen wir die mal zerfetzen hier so ein bisschen. Für den Ruhm des Imperiums. Der ist fertig, ja. Wollen wir hier hin? Ich hab plus 336. Das ist ja nicht mehr normal. Ich würd sagen, wir können mal langsam, äh, hier ein bisschen. Wir gehen mal hier hoch. Boom. Was ist das da hinten? Wie ist das denn da noch schon wieder da? Versteh ich nicht. Die sind auch nur am Ballern, ey. Das ist ja unglaublich hier. Dafür haben wir es gleich kaputt. Wie kann ich euch helfen? Ich werde gehorchen. Hab ich den Punkt gar nicht? Anscheinend nicht. Ich dachte, den hätte ich eingenommen. Immer aufmerksam. Ziel erfasst. Das Werkzeug seines Willens. Das Werkzeug seines Willens. Was machst du denn hier, Käpt'n? Der Gegner muss in der Nähe sein. Was hast du vor? El Capitano. Befehle erhalten. Ja, hier ist eh geil. Hab ich hier irgendwo Einheiten rumstehen? Hier bestimmt, ne? Ne, hier bestimmt, ne? Auch ein so ein Cybot ist ja langweilig. Ein so ein Cybot ist ja billig. Hab ich so viele von. Äh, wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin. Zack. Einnehmen und halten. Ich erwarte Ihre Anweisung. Wer wurde getroffen? Oh. Nehme Schaden. Ziel eingenommen. Ja. Verstanden. Tja. Das Ding hab ich wohl vergeigt. Aber das wird irgendwo gleich auflaufen. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Spätestens hier. Wieviel hat der noch? Och, viel zu viel. Scheiße. Kacke, ey. Das Ding eingenommen? Ja. Äh, lauf mal hier hin. Starte den Angriff. Gut, dass der hier nicht runterkommt. Ist das Ding eingenommen? Immer noch nicht. Das gibt's noch nicht. Selbst nach dem Tode diene ich noch. Komm schon. Verdrücke Ziel.